In der ersten Let's Play Folge zu Highschool Jahre habe ich meine Sims Mia und Finn erstellt. Es gibt so viele neue wunderschöne Klamotten in verschiedenen Styles. Ich habe ihnen die neuen Merkmale des Packs verpasst und ihre Teenagerbestreben ausgewählt, um da eine Challenge einzubauen. Finn hat auch Körperhaare bekommen und die sexuelle Neigung habe ich definiert. Schaut euch jetzt die ganze Folge auf meinem YouTube Channel an.